Ja, egal. Jetzt wissen wir uns hier. Wo ist das Haus? Da... Da... Äh... 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 Ah... Was darf's denn sein? Halt Metall. Na sicher, wenn ich Teile kaufen. Was haben Sie denn für mich? Ach, Geld. Äh... In Ordnung. Lassen Sie mich Ihnen Ihre Kronforken geben. Okay. Klar, der Aufbereiter funktioniert wieder. Aber wenn ihm das Wasser ausgeht, sind wir trotzdem aufgeschmissen. Ja. Kann da gar nichts gegen machen. Sicherlich nicht. Wasser... Aufsall... Äh... Nee. Okay. Dann... Machen wir... Ah... Schade. Nächste Mission. Schade, dass der Sorge alle kaputt... Aber ich schlafe erst. Lass es mir nicht zuerst erledigen. Schade. 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 Hier war noch nichts Neues. Könnte ich hier ausabliegen. Brauche ich hier etwas gerade? Ich? Ich brauche... also ich habe keine Wand. Ist dabei. Ähm... Da warte ich drauf. Die haben kein Gericht. Ich... Ah... Ah... Nein... Schlaf... Äh... Ach je. 12 Stunden. Perfekt. 15 Stunden. 15 Stunden. 10 Stunden. 15 Stunden. Ich fiedz einfach genie. Ihrer bin 100 Stunden lang. Jesus Soul. Allauf bikesivi6. Ich hatte auch PREPOND. So konnte noch minden verstopfenen. Auf, nach, Opko. Und mal wieder an. Haben wir. Ah, noch jemand, der auf den Pfaden des Ödlands wandelt. Willkommen in meiner kleinen Karawane. Entspannen Sie sich. Hier sind wir sicher. Ich meine damit die Art von Sicherheit, die nur mit Waffengewalt erreicht werden kann. All dies kann Ihnen gehören. Für den entsprechenden Preis. Ja, genau. Die Welt ist eben ein gefährlicher und unausgeglichener Art. Ich habe erkannt, dass Frieden nur möglich ist, wenn alle potenziell gefährlich sind. Darum habe ich mit etwas Hilfe des Bürgermeisters von Canterbury Cummins diese Karawane aufgebaut. Meine Waffen sind nicht gratis, aber günstig. All dieser Satz. Frieden ist nur möglich, wenn alle potenziell gefährlich sind. Philosophisch, aber... Ich biete einen heißen Tod mit ganz verschiedenen aufregenden Geschmäckern an. Treffen Sie Ihre Wahl. Lieber direkt auf, da hoffen wir schon. Einfach ein zweimal schnell speichern. Ich bin doch sehr, ich bin doch sehr gut. Ja, wie ja. Ja, jetzt hat sie doch lieber beim Lichter. Aber, aber ja, die Hüte bin ich weg. So. Lauf auf uns, du, lauf auf uns. Und, sechs, die Hüte bekommen. Ja, die Hüte haben. So. Das ist das gefährlichste... ...aller hier. Da muss ich schon rein. Ich glaube, ich bin gerade hier in der Straße. Ja. Ich ja noch. Ja. Was ist das denn? Das ist so ein Schild. Das ist eben so eine Scheine, oder? Nein, nein. Wo ist du raus? Ja. Bestimmt auch. Ich. Ich. Ja. Ja. Ja, ja. Schlecht dran. Falsch geparkt. Ja. Ach du Scheiße. Da meine Stadt. Und da ist jemand. Weiter. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh. 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 Ach du Kacke. Was? Was ist das? Was war das denn jetzt? Was ist das für dich verbringt? Nein, das ist jetzt erstmal gekriffst. Stimm! Stimm! Oh Gott. Ähm. Ne. ja erst mal die Einschalten ja erst mal die Einschalten ja nehmt jetzt ja fliegt ich könnte mal wieder meine Brustigung operieren Stürb, 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 Stürb! Stürb, 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 Stürb! Oh mein Gott! Ach, Kacke! Ja, das denke ich mir jetzt auch gerade ganz schlecht. Nein, ne? Wow! Hat das hier den Knopf nötig? Oh, 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 das ist ein Kuss. Ähm, gut. Sei zu sterben! Meine Höhle ist eher auf irgendwelchen Tuch. Ich nagle dich mit den Ohren! Nein, nein, du! Great. Auf den Traum. Ja das darf ich, ist das? Ja da ist aber gut, okay da ist es okay. Rüstung, Rüstung. So, nachdem der erste mit der 10mm schluss sogar noch tot kommt... Schade, Scheiße. Sturgewehrmaß. Naja, besser als gar nix. So, das ist ein bisschen schlimm mit der Verkopfung. Jetzt sag ich mal. Guck mal, was ich hatte. Vielleicht, ich kann gerade sehr nix. Gleich die Stadt. Aber zunächst... Dieser Baum. Das ist mein Projekt der Flieger.